Ivan, Ivan, der schrecklich nette Bergtroll. War doch eigentlich ziemlich leicht. Nichts schreckt mich mehr. Was? Glück? Kurz vor der Grotte gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Warum? Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Darum ist es besser, wir hängen unsere Reise nicht... Wo war ich? Ah, genau. Nicht fertig gekampft. Gekampft. Yay. Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Darum ist es besser, wir hängen unsere Reise nicht an die große Glocke. Solange die Resistenten mich im Visier haben, ist es besser so. Du übertreibst. Ich weiss, wie meine Leute ticken. Vertrau mir. Und du gehst auch sicher nicht mehr verloren? Natürlich nicht. Und jetzt hör auf, meiner Mutter Konkurrenz zu machen. Ich empfehle dir... Passt ein Piss zu mir. Bisschen Rapport zu töten. Ich empfehle dir übrigens, Costa einen Besuch abzustatten. Wer ist das? Unsere Kellerassel. Auch Wirt genannt. Ein Kampf! Wo war ich gerade? Eier. Was er dir anbietet, schmeckt vielleicht nicht so gut wie das Zeug der Berserker. Macht aber satt. Und man kann bei ihm ein paar Splitter verdienen. Wie genau? Ich hoffe, ich kann bei ihm ein paar Splitter verdienen. Wie genau? Erklärt er dir dann schon. Du wirst zu dieser Splitter gebrauchen. Wir sind wirklich nicht mehr weit. Wie schnell doch so eine Reise vergeht, wenn man sich in guter Gesellschaft befindet. Hoffentlich schiebt nur Dimitri Wache. Wenn man aber ebenfalls aufpassen ist, führt das immer zu Problemen. Warum? Weil er zu den Resistenten gehört. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Oh, nett hier. Jetzt noch Tierkram vor eurer Hütte. Diese Tierenkram. Wir wingen noch ein paar Mal in die Luft. Dann werden sie Respekt vor dir haben. Ein paar Kriter hier. Warte, jetzt ab einfach. Ah. Das schaut doch nach Rädern aus. Tschüss, Ivan. Ah, noch nicht. Das ist doch auffällig, wenn du hier noch mit mir redest. Ne, rennt ihr rein. Was sind das für geile Typen? Das ist doch geil. Wir sind da. Die Grotte. Heimat der Morkons. Leider hast du kein Glück. Marath hält auch Wache. Wird er Probleme machen? Mich werden sie passieren lassen. Aber dich? Die Chancen stehen 50 zu 50. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir nicht verschweigen will. Hör mir jetzt gut zu. Unter den Morkons existiert neben den Resistenten und Abwerbern noch eine andere Gruppe. Sie steht für etwas, das einem Großteil meines Volkes zuwider ist. Ich kann dir nicht mehr über ihre Ziele sagen oder wer sie sind. Nur so viel. Du wirst sie finden, wenn du für eine gerechte Sache eintrittst. Aber jetzt ist es wirklich Zeit, sich zu verabschieden. Mach's gut, mein Freund. Und wenn du mal ein paar Splitter übrig hast, komm mich ruhig besuchen. Wir sehen uns. 1.500 Erfahrungen. Gar nicht schlecht. Schön hier. Wenn die Rüstungen nicht so gimpmäßig wären. Halt! Du stehst vor der heiligen Grotte Ravax, Gott des Stillstands. Was ist dein Begehr? Ich möchte rein. Einem fremden Einlass gewähren? Dass ich nicht lache. Du sollst beraten, sonst nichts. Du bist fremd. Warum sollte ich dich passieren lassen? Bist du dir überhaupt dem Klaren, was dich hier erwartet? Vergnügen und Zeitvertreib liegen uns fern. Arbeit bestimmt unser Leben. Arbeit und Schmerz. Vielleicht schreie ich doch hierher. Ich scheue keine Arbeit. Deine Worte gelten nichts, bis du sie bewiesen hast. Sei dir bewusst, dass du die Grotte nicht mehr verlassen wirst, wenn uns nicht gefällt, was du tust. Ich gehe, wohin ich will. Das Risiko gehe ich ein. Gut, du kannst passieren. Du willst den doch nicht etwa durchlassen? Ob er hinein darf oder nicht, hast du nicht zu entscheiden. Dann bring ihn zu Kahn. Soll er sein Schicksal bestimmen. Ganz wie du willst. Du wirst bei mir bleiben, dass das klar ist. Mir nach. Hoi! Ich denke, Marat kann uns jetzt nicht mehr hören. Ich bin diese Streitereien satt. Ich weiß, ich habe Marat gesagt, ich würde dich direkt zu Kahn bringen, um sein Urteil abzuholen. Aber scheiß auf Marat. Ich bin übrigens Dimitri. Wenn du wirklich bleiben willst, solltest du ein paar Dinge über uns wissen. Vorhin klang das aber alles ganz anders bei dir. Dafür kannst du dich bei Marat bedanken. Es ist gesetzt, dass immer zwei Leute Wache am Tor halten, um das Gleichgewicht zu wahren. Und wenn ich mich nicht wenigstens ein bisschen wie ein verdammter Resistenter verhalte, kannst du sicher sein, dass Marat mich denunzieren wird. Weil du kein Resistenter bist? Richtig. Aber wenn ich mich nicht wie einer aufführe, dann suchen sie sich jemanden, der es tut. Eins noch. Bevor du Kahn triffst, solltest du ein paar Dinge über uns wissen. Worum geht es? Ich halte es für eine Scheißidee, dich hier unbeaufsichtigt herumlaufen zu lassen. Jemand sollte dir unsere Regeln und Bräuche erklären. Sonst handelst du dir nur Ärger ein. Am besten mache ich das, während ich dich ein bisschen herumführe. Kahn kann noch warten. Komm mit. Eine Ebene unter uns ist Ravaks Dom und die Blutzisterne. Nur die Höhergestellten dürfen dort Ravak und seinem ewigen Stillstand huldigen. Du solltest am besten gar nicht erst versuchen, zum Dom vorzudringen. Wenn du dorthin möchtest, wirst du dich uns anschließen oder bei Kahn mächtig Eindruck hinterlassen müssen. Jetzt weiter. Es gibt noch viel zu sehen. Gleich beginnt der Kriegsbezirk. Hier haben wir Abwerber unsere Käfige, in denen wir neue Mitglieder in unsere Gesellschaft eingliedern. Wenn du nicht freiwillig zu uns gekommen wärst, hätten wir zwei uns vermutlich dort kennengelernt. Neben den Käfigen gibt es ja auch noch unsere Arena. Aber die kannst du dir später ansehen. Sonst noch was? Mit dem mit drin? Manche der Wachen sehen es nicht gerne, wenn du einfach in die verschiedenen Bezirke spazierst. Also verhalte dich angemessen. Ah. Hättet ihr mich eingesperrt, wenn ich nicht freiwillig hier gewesen wäre? Das kommt ganz drauf an, ob du einem unserer Abwerber in die Finger geraten wärst oder nicht. Aber ja, das hätte passieren können. Ich habe früher selbst bei den Käfigen gearbeitet. Komm, ich zeig dir mal meine alte Arbeitsstelle. Als Nicht-Morkon muss dir das ungewöhnlich vorkommen. Kann man so sagen. Wenn eine Arbeitskraft fehlt, ist der Stillstand gefährdet. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eine neue bekommen. Wir erschaffen sozusagen neue Morkons und bringen ihnen alles über unsere Art zu leben bei. Wir holen sie aus ihrem erbärmlichen Dasein und integrieren sie in unsere Gesellschaft. Auf dass sie unsere Werte annehmen und als echte Morkons wiedergeboren werden. Aber ich rede zu viel. Waffe runter! Willst wohl doch keinen Ärger, was? Du weißt besser als jeder andere, dass Gostar nichts zu verschenken hat. Die Stimme. Deswegen habe ich auch dich geschickt. Die kennen wir doch alle. Er macht keine Ausnahmen. Auch bei mir nicht. Ob die Gefangenen tot oder lebendig sind, ist ihm egal. Und ehrlich gesagt, hat... In den Käfigen leben entführte Menschen. Natürlich. Wo sollen sie auch sonst leben? Viele, die hier ankommen, begreifen nicht, dass wir nur versuchen, sie zu retten. Aber irgendwann verstehen sie es alle. Unser System funktioniert. Es hat Regeln. Der Stillstand sorgt seit über 100 Jahren dafür, dass wir überleben. Wir haben den Einschlag überlebt. Wir haben Generationen der Isolation und der Aufstände überlebt. Und wir werden auch die Bedrohung dieser komischen Türme überleben. Der Weg der Morkhorns ist der einzig richtige. Natürlich ist er das. Kann ich auch in der Arena kämpfen? Du meinst, obwohl du kein Morkhorn bist? Hm. Das kommt selten vor. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der Arenameister steht gleich dort hinten. Komm mit. Dann kannst du ihn selbst fragen. Falls er dir erlaubt, hier zu kämpfen, würde ich dich bitten, es nicht jetzt zu machen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich will kämpfen. Im schlimmsten Fall gehst du drauf. Und ich muss das dann irgendwie Kahn erklären. Ich warte hier auf dich. Wo ist die Arena? Hör ich mich oder warst du noch immer nicht in der Arena? Nein. Oh, hier. Aber mein Wille ist ungebrochen. Ich will endlich raus. Waffenhändler. Waffenhändler. Das ist der Renner. Ach, Tilla. Na nun. Was sehen meine müden Augen da? Ein Streiter der Außenwelt? In unserer Grotte? Seltsam. Anscheinend stimmt es, dass die Welt draußen Kopf steht. Hat es sicher eine weite Reise. Was tust du hier? Ich beurteile jene, die nach draußen wollen. Und wie sieht diese Beurteilung aus? Nun, im Gegensatz zu dir waren viele unserer Leute niemals auf der Oberfläche. Wer die Gefahren nicht kennt, wird von ihnen übermannt. Darum haben wir die Arena ins Leben gerufen. Aha. Und eure Gefangenen müssen als Gegner herhalten, nehme ich an. Was? Nein. Aus ihnen machen wir gehorsame Streiter Ravax. Die Kreaturen sind unsere Gegner. Nur wer sich gegen sie behauptet, darf die Grotte verlassen. Und wer es nicht schafft? Bleibt hier, in Sicherheit, sofern er noch lebt. Wer scheitert, ist meist nicht mehr an einem Stück. Die Frage stellt sich also nur selten. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Sag, warum bist du hier? Dimitri hat mir von der Arena erzählt. Anstatt zu erzählen, sollte er Wache halten. Das Privileg, in der Arena anzutreten, wird von mir vergeben. Nur sehe ich keinen Sinn darin, dein Können auf den Prüfstand zu stellen. Du kommst von draußen und kennst bereits die Gefahren. Warum sollte ich dir gestatten, zu kämpfen? Mich interessiert die Herausforderung. Eine Frage der Ehre also. Das gefällt einem alten Kämpfen wie mehr. Aber ich muss dich enttäuschen. Derzeit sind keine Kämpfe möglich. Uns fehlen die Kreaturen. Für gewöhnlich fangen Venjas Leute die Bieste ein. Da aber in letzter Zeit kein Nachschub eingetroffen ist, scheint es da Probleme zu geben. Wenn du noch mehr darüber wissen willst, komm später wieder. Dimitri wartet sicher auf dich und ich habe es nicht gern, wenn das Tor unterbesetzt ist. Ravag mit dir. Exzellent. Und Ravag mit dir, too. Gute Ratte. Sehr gut. Zarina hat mir ihren Segen gegeben. Er raucht eine. Da bist du ja wieder. Können wir weiter? Lass uns weitergehen. Alles klar. Wenn du glaubst, das reicht, dann gut will nach. Das Viehzeug. Als letztes kommen wir zum Herzstück der Grotte. Küche. Der Wohnbezirk ist für viele von uns ein heiliger Ort. Ein Ort der Ruhe, der Einkehr und des Trinkens. Wenn wir uns mal gehen lassen, dann nur im Keller bei Gosta. Hey, der. Was machst du da? Ich muss arbeiten. Wenn du was von mir willst, komm heute Abend wieder, wenn ich Feierabend hab. Okay. Geiles Teil da oben. Die Maschine meine ich natürlich. Wichtig, wichtig. Ich muss Ratten töten. Schaut cool aus hier. Anscheinend haben die Kleriker einen Downgrade bekommen, mein Fettes. Und die Morgons haben alle Upgrades bekommen. Weil die Kleriker-Festung hat keinen Charakter mehr. Neben dem Wohnbezirk findest du ja auch noch den Bezirk der Rüstmeister und Händler. Wer weiß, wie Khan auf dich reagiert. Ist vielleicht klug, wenn du die Gelegenheit nutzt und noch ein paar Dinge einkaufst. Bevor du nicht mehr dazu kommst. Deshalb schlage ich vor, du sprichst mal mit Tengis. Vielleicht erlaubt es dir, hier zu handeln. Dann war dein Weg wenigstens nicht umsonst. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr eine Kneipe habt. Wenn du den Keller meinst, dann sag das besser nicht zu laut. Nicht, dass die Resistenten noch auf die Idee kommen, den Laden dicht zu machen. Aber falls es dich interessiert, kann Gosta dir mehr über ihn erzählen. Er schenkt dort das gute Zeug aus. Hier unten wohnt ihr? Man gewöhnt sich dran. Ich find es gemütlich. Den hinteren Bereich solltest du allerdings meiden. Da ist Einsturzgefahr. Lass uns weitergehen. Keine Sorge. Ich werde Khan schon davon überzeugen, dass du hierbleiben darfst. Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Bleib dicht bei mir. Eine Sache solltest du noch wissen. Du sprichst nur mit Khan, wenn er dich anspricht. Alles klar? Verstanden. Ich sprich ja schon zehn Stunden neben Quest hier drinnen. Mindestens. Ist das was? Was machst du hier, Dimitri? Du hast besser einen guten Grund dafür, dass du deinen Posten verlassen hast. Ich muss mit Khan sprechen. Der große Khan möchte aber nicht mit dir sprechen. Dieser Fremde bittet um Zuflucht. Ist das so? Marat und ich sind uneins. Ich für meinen Teil denke, der Stillstand wird gewahrt, wenn wir ihm den Aufenthalt erlauben. Schließlich haben wir viele Leute verloren und brauchen Ersatz. Hm. Er ist freiwillig hier, sagst du? Ja. Ungewöhnlich. Khan wird über deine Anfrage nachdenken. Bis er eine Entscheidung getroffen hat, darf sich der Fremde hier aufhalten. Er soll morgen wiederkommen, um Khans Urteil zu erwarten. Hast du alles mitbekommen? Ja. Warum hat er mir das nicht selbst erklärt? Unsere Gebote verlangen es so. Ich stehe über dir und bin für dich verantwortlich. Es ist ein Privileg, mit der Stimme Khans reden zu dürfen. Und ein noch größeres, wenn Khan persönlich das Wort an dich richtet. Also dann, du hast ihn gehört. Hast du sonst noch Fragen? Warum redet Khan nicht selbst? Khan gehört zu den Resistenten und er nimmt den Stillstand sehr ernst. Wenig zu sprechen ist ein Zeichen seiner absoluten Hingabe der stille Ravax gegenüber. Ist das nicht etwas übertrieben? Im Gegenteil. Einst gab es Anhänger Ravax, die sich sogar das Leben nahmen, im Zeichen des Stillstandes. Der Tod. Als reinste Form des Stillstandes. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Natürlich nicht. Du musst wissen, es wird von niemandem verlangt, sich so sehr Ravax hinzugeben, wie Khan es macht. Von einem Morkorn wird nur erwartet, dass er den Stillstand ehrt. Wenig zu sprechen oder den Stillstand des Todes zu suchen, ist ehrenhaft. Aber wir sind immer noch Menschen, mit freiem Willen. Wenn du es hier allerdings zu etwas bringen willst, musst du schon beweisen, dass du Ravax' Willen auch wirklich vertrittst. Ach, eins noch. Vergiss nicht ab und zu mal wieder bei Khan vorbeizuschauen. Wenn du es wirklich nicht abwarten kannst, dann könntest du dir vielleicht deine Zeit im Keller vertreiben. Oder du gehst einfach schlafen. Ich beschäftige mich schon. Gut, gut. Dann kann ich dich ja guten Gewissens alleine lassen. Marat wird sich bestimmt schon beschweren. Ich gehe mal lieber zurück. Du findest mich am Tor, falls du mich suchst. Wir sehen uns. Oh, Gott ist los. Ventilator. Hey, was machst du da? Stillen? Was sonst? Wieso bin ich hier? Wo ist die Arena? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die Arena Quest nehmen wir an. Mal schauen, ob die Dante mit mir reden will. Oh. Ich muss arbeiten. Wenn du was von... Nein will... Hey du, warum rennst du hier herum? Was ist deine Aufgabe? Wer will das wissen? Ah, sieh an. Ein ganz harter Bursche, was? Du kommst doch von draußen. Das riecht man schon drei Abwasserkanäle weit. Erzähl. Wie ist die Lage vor den Toren der Grotte? Magalan wird von einem fremden, hochentwickelten Volk angegriffen. Ja. Wir haben die dunklen Türme gesehen, die auf einmal erschienen sind. Wir werden uns darum kümmern, sobald die Zeit gekommen ist. Lassen wir die Possen. Du bist Jax, nicht wahr? Du bist der Außenseiter. Dieser ehemalige Alpkommander, der den Krieg der freien Menschen gegen die Alps beendete. Die Bestie von Xarkor. Ich habe von dir gehört. Wenn du das weißt, warum duldest du dann meine Anwesenheit hier? Du bist nicht mehr der starke Anführer der freien Menschen wie früher. Dein Wort hat wenig Gewicht in diesen Tagen. Bald? Aber vielleicht wirst du uns noch einmal auf andere Art nützlich sein. Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich jedes gute Werkzeug sofort vernichtet hätte. Ich glaube, du hast noch immenses Zerstörungspotenzial. Es muss nur freigesetzt werden. Sehen wir uns erst einmal an, wozu du wirklich imstande sein wirst. Wusstest du, dass einige Morkons am Weltenherz im Westen Berserker abgeschlachtet und geplündert haben? Ach ja? Du redest doch sicher von Dragan und seiner Bande. Vergiss ihn. Er ist ein Ungläubiger und hat immer nur seinen Profit im Sinn. Genauso wie seine Gruppe von Speichelleckern, die er um sich scharrt. Irgendwann gerät er einmal an den Falschen. Das würde hier niemanden verwundern. Noch wirklich interessieren. Wenn du schlau bist, wofür ich dich halte, dann machst du das genauso. Ich weiß, wen du meinst. Der stellt kein Problem mehr dar. Aus der Stille sind wir entsprungen. Und zu Stille sollen wir wieder werden. Du bist Patriarch der Morkons? Ich bin Viktor. Große Titel sind wie Kanaldreck im Schuhprofil. Bist du einmal reingetreten, dann haftet er dir an. Wir sind nicht hier, um bleibende Eindrücke im Dreck dieser Erde zu hinterlassen. Wir haben dafür zu sorgen, dass die ewige Stille wieder einkehrt. Vergiss das nicht. Du rüstest auf für eine größere Auseinandersetzung? Wir haben unsere göttliche Mission zu erfüllen. Wir müssen all unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, unsere Streitkraft und unser Zerstörungspotenzial zu erhöhen. Wer sich dazu zu schwach fühlt, kann sich direkt von unseren Peinigern einäschern lassen. Das würde uns viel Zeit und Ärger ersparen. Wie sieht diese göttliche Mission genau aus? Die außenpolitische Lage von Karakis ist mehr als angespannt. Alps und Outlaws im Norden, Berserker und Kleriker im Westen. Wir müssen die Geschwüre dieser Welt endlich und für immer hinwegbrennen, dass sie nie wieder aufkeimen. So ist es Ravax' Wille. So soll es geschehen. Was werdet ihr gegen die fremden Eindringlinge mit ihren Kreaturen unternehmen? Die dunklen Türme, die in Karakis niederkamen, sind ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die Zeit der Befreiung nahe ist. Ravax wird uns leiten. Oh Gott. Nur Geduld. Bald werden die Ketzer büßen. Wart's nur ab. Am Anfang... Ja, okay. Aus der Stille. Ja, natürlich. Ende. So, ich schätze, ich habe mit einigen der wichtigen Leute Magalans gesprochen. Was wohl der alte Mann dazu sagen würde? Oh, Mission abgeben. Da war nicht die Arena. Da ist der Eingang. Ich will doch nur die Arena-Quest. Da ist ein... Keiner Stiegenabgang. Oh, ich bin schon verwirrt. Oh, da die Arena. Da ist nichts. Gut gebrüllt. Mal sehen, ob am Ende noch etwas von dir übrig ist. Ja, Arena. Wird die Quest, Junge. Ja. Wegen der Arena. Brauchst du Hilfe? Na ja, wenn du so fragst, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Ich muss bald mit Venja sprechen, wenn keine neuen Kreaturen kommen. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Warum? Immer wenn die Arena zur Sprache kommt, artet es in Streit aus. Wir haben wohl verschiedene Ansichten darüber, was ihre Nutzen angeht. Wenn du ihr an meiner Stelle auf den Zahn fühlen willst, tu dir keinen Zwang an. So gut wie erledigt. Wenn du es tatsächlich schaffst, dass sich die Arena wieder öffnen kann, bekommst du etwas, das mehr wert ist als jeder Brocken Elexit. Ich gestatte dir, vor allen anderen in der Arena anzutreten. Wo finde ich Venja? Sieh dich in der Nähe der Arena um. Sie kümmert sich dort in letzter Zeit um die Käfige. Sag ihr einfach, dass ich auf die Kreaturen warte. Okay, okay. Das Ende hier mal. Ich will zurück in die Bastion. Den Teleporter haben wir. Gut, gut, gut. Das ist die Bastion, ja. Mal Attention abgeben. Mal Crony mitnehmen. Schauen, was sonst noch abgeht. Und dann mal die Episode beenden. Where is my boy, Crony? Crony braucht am meisten Fleisch. Da ist er. Da ist er, ja. Commander, unsere Kenntnisse über die Technologie der Eindringlinge sind unzureichend. Ja, ich weiß, wir müssen mehr über die Fremden in Erfahrung bringen. Wie weit entwickelt sind sie wirklich? Wir brauchen mehr Informationen über ihre Vorgehensweise und ihre Art zu denken. Ihre Technologie wird uns dabei helfen, sie besser einschätzen zu können. Technik der Eindringlinge in der näheren Umgebung der Bastion im Einsatz. Empfehle umfassende Scans. Ah, du hast dich also schon umgesehen. Sehr gut. Sofortiger Aufbruch möglich, sobald der Commander den Befehl erteilt. Nice to fold her. Hey, ähm... 1 0 0, 1 1 0. 1 0, 1 0, 1 0. 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. 1 1 0, 1 0. Eins. Äh, was? Ach nichts, alles gut. Aber was habt ihr da gerade gemacht? Das nennt sich numerische Kommunikation. Ähm, und was? Numerische Kommunikation ist der Austausch von Algorithmen, die im Normalfall numerisch verwendet und von Approximationen für die Probleme der mathematischen Analyse... Äh, ja, ja, schon gut, ihr zwei versteht euch offensichtlich. Eins. Ähm, ich meine, ja. Tja, das war zwar... Systemanalyse. Analysiere. Hey. Hauptprotokolle optimal kalibriert. Tja, das war zwar okay, aber ich denke, das geht noch besser. Ich brauche jemanden, der es auch zu schätzen weiß, was ich für ihn tue. Suchen wir einfach weiter. Gehen wir zum nächsten Kandidaten. Was sagt der Fokse? Ach, sieh an. Guten Tag, Herr Berserker. Bist du nicht dieser Cyborg aus der Burg der Kleriker? Ja, richtig. Ich wollte... Ja, wollte ich auch. Ähm, tatsächlich? Ja, sicher. Jederzeit. Wir Sonderlinge müssen doch zusammenhalten. Sonderlinge? Nein, ich hatte eigentlich... Aber sicher doch. Jederzeit. Brauchst nur zu fragen. Ähm, nun ja, dann... Nur keine Hemmungen. Immer raus damit. Ich wollte nur... Ich weiß, ich verstehe das. Nur weiter so. Ja? Natürlich. Du machst das großartig. So, und jetzt habe ich zu tun. Aber nicht vergessen. Jederzeit. Ähm, ja, sicher. Schönen Tag noch. So sieht's aus. Tja, das war zwar okay, aber ich denke, das geht noch besser. Äh. Was ist hier los? Was geht's hier ab? Mann, Mann, Mann. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Epp. Äh, ja? Ja, was gibt es? Werter Herr Feldherr, ich habe eine Mitteilung zu machen. Mit diesem Stück Fleisch möchte ich meine Ehrerbietung erweisen. Du leistest einen großen Beitrag zu unserer Gemeinschaft. Nimm dies als Dank von mir. Ach, so. Ja, nun dann, danke. Gern geschehen. Und weiterhin noch einen schönen Tag. Hey, Moment mal. Was hast du ausgefressen? Ähm, wie bitte? Du machst das doch nicht einfach so zum Spaß. Also raus mit der Sprache. Was hast du verbrauchen? Ich habe, äh, nein. Ich wollte... Schon okay. Es ist nur ein gesellschaftliches Experiment für einen Cyborg. Aha. Na dann, was auch immer. Weitermachen. Ist notiert. Das war ja ganz einfach. Gleich noch einmal. Aber bei einem guten Kandidaten, wenn es keine Umstände macht. Wenn es dir hilft. Rony! Hey! Oh, ich glaube, ich muss Frank besser behandeln. Oh. Hopp, da rüber. Wer ist denn da drüben überhaupt? Haben wir da überhaupt Leute? Wer ist der Typ? Kenne ich dich? Rolf. Hey. Hallo. Was denn? Du bist Jäger, richtig? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ähm, nein, das ist richtig. Aber ich hätte hier... Ey, bevor du weiterredest. Ich habe zu tun und du störst mich dabei. Also, geh wieder und verscheuch mir nicht das ganze Wild. Oh, ich wollte eigentlich nicht stören. Ich wollte nur... Du störst aber, also hau ab. Ja, äh, ich hätte da nur... Verschwinde! Ähm, na gut. Tja... Das verschlägt selbst einem Cyborg die Sprache. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Lass uns lieber einen besseren Kandidaten suchen. Hier gibt es nichts. Hallo. Ja, hallo. Du bist Jäger, richtig? Und du bist ein Kleriker. Ja, ich habe hier ein Stück Fleisch für dich. Mh, rohes Fleisch? Das kann ich immer gebrauchen. Wie viel hast du denn? Einige. Was willst du dafür haben? Ich will gar nichts dafür. Es ist mehr dafür gedacht, dir zu helfen. Ah, sehr gut. Dann gib mal her. Ich werde es später weiterverarbeiten. Aber Moment. Du kommst nachher nicht angewackelt und willst doch noch was dafür haben, oder? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist irgendein Kern von oben, dem ich ein Gefallen schuldig bin. Ähm, nein. Nein, ich, ähm... Dann ist ja gut. Vielen Dank. Ja, ähm, gern geschehen. Ist notiert. Bist du jetzt fertig, mit deinem Experiment, menschlicher zu werden? Ich denke, ich habe jetzt erst einmal genug Daten gesammelt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie sieht's denn aus mit deinem Fortschritt? Ihr Menschen würdet sagen, eher durchwachsen. Es gibt für mich bisher keinerlei Regel, nach der ich jetzt voraussagen könnte, wer von den Kandidaten positiv auf mein Geschenk reagiert und wer nicht. Ich fürchte, ich habe immer noch viel zu lernen und noch eine Menge Hürden zu nehmen. Hm? Na, dann bin ich ja mal gespannt auf deine nächste Hürde. Ich auch. Bis dahin werde ich erst einmal die Daten auswerten, die ich gesammelt habe. Wie sieht's bei dir aus? An deiner Seite zu sein, ist für mich etwas verwirrend. Aber möglicherweise legt sich das ja wieder. Er mag nicht mehr, wenn dann. Ja, Episode vorbei. Ich werde verkaufen, aufrüsten. Und so weiter. Tschüss. Oh, meine Haare schon wird aus. Jongnellan. Wie sieht's bei dir aus? Ich hatte so. Ich hab sehen.